Ganz herzlich willkommen in unserem Sendeformat schmerzfrei ohne operieren. In dieser Sendung geht es darum, Übungen für den Alltag zu finden, die einem helfen, aus dem Teufelskreis Unbeweglichkeit und Schmerzen herauszukommen. Es sind ja die ganz alltäglichen Sachen, die uns Probleme machen heutzutage. Zum Beispiel Socken anziehen, zum Beispiel auf dem Boden runter sitzen und diese Sachen wären eben enorm wichtig, dass wir diese möglichst natürlich machen. Socken anziehen, ohne auf einem Stuhl zu sitzen, weil dann balancieren wir während dieser Zeit auf einem Bein und machen uns auf der anderen Seite hüftbeweglicher. Das zum Beispiel. Heute geht es vor allem ums Sitzen auf dem Boden und auf die Beweglichkeit. Wie steht man am besten wieder vom Boden auf? Auf den Boden runter gehen kann man am besten, indem man die Knie ganz leicht beugt, weil stärkeres Beugen der Knie könnte ja schon Schmerzen verursachen, sich hier aufstützt und dann hier vorne abstützt und dann so langsam so auf dem Boden geht. Das ist eine Möglichkeit, die bei den meisten Menschen noch funktioniert. Wenn wir schon hier sind, wenn wir schon bei dieser Übung sind, dann ist etwas enorm wichtiges auch die Hände. Die Hände werden ja immer unbeweglicher. Bei alten Leuten sieht man, die können die Hände nicht mehr strecken. Also das Strecken der Hände können Sie sehr gut üben, indem Sie die Hände nach hinten stellen und darauf achten, dass die Unterschenkel möglichst einen rechten Winkel noch halten können. Also es ist ja auch wichtig, dass Sie überhaupt auf den Boden gehen können. Wenn die Handgelenke mal so schmerzen, dass sie nicht mehr auf dem Boden sitzen können, dann wird es höchste Zeit etwas dagegen tun. Das Nächste ist das Sitzen auf den Fersen. Fersensitz. Wenn Sie operierte, künstliche Kniegelenke haben, dann geht das nicht ganz nach unten. Und wenn es übrigens schmerzt, alles was schmerzt, also wenn das in den Knie schmerzt, weil Sie Kniearthrose haben, weil Sie Meniskus innen oder außen haben, dann gehen Sie nur so weit, wie der Schmerz noch nicht kommt. Und dann gehen Sie auf die Seite. Dann lehnen Sie sich auf die Seite. Auch hier könnten die Handgelenke schmerzen. Und das ist wichtig, dass Sie das immer wieder üben, damit eben dieser Handgelenkschmerz ebenso verschwindet. Auf die rechte Seite. Und wenn es funktioniert, ist es gut, wenn Sie sich hier übrigens noch strecken, dann dehnt sich die ganze Seite. Und dann hier rauf gehen, ohne die Hand abstützen zu müssen. Links und rechts machen Sie diese Übung im Alltag immer und immer wieder. Und wenn wir schon dran sind an der Übung, dann geht es gleich weiter. Und zwar stützen Sie hier ab auf den Knien. Wenn die Knien schmerzen sollten, nehmen Sie eine dickere, elastisch-federnde Matte. Dann versuchen Sie die Linie zwischen Handgelenk, Schultern und Po, das sollte eine Linie sein. Und die Füsse, die Fussflächen sollten auf dem Boden sein, mit gestreckten Knien. Und dann können Sie hier mal ein bisschen rechts dehnen. Jetzt spüren Sie es in den Waden. Und in einer nächsten Übung werde ich Ihnen zeigen, warum es so wichtig ist, dass die Fussgelenke beweglich sind, indem die Waden gedehnt sind. Das nächste ist dann, wenn wir die Übung aufhören, wie stehen wir auf. Wir können wieder die gleiche Art aufstehen. Das ist eine gute Methode. Je weiter der Fuss an die Hand nach vorne kommt, desto mehr dehnen Sie hier das Becken. Und können Sie das linke Seite noch machen, auch gleich als Beckendehnungsübungen machen. Dann sollte es hier in den Adduktoren ziehen und dann mit der einen Seite aufstehen und dann mit der anderen Seite gleichzeitig so wieder aufstehen. Das wäre das Ziel. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn etwas nicht funktioniert bei diesen Übungen, dann sagen Sie es mir. Dann gebe ich Ihnen eine alternative Übung. Wenn das nicht geht, wenn es zu schwierig ist für Sie, dann gibt es Übungen, die man schon im Bett machen kann, die eine Vorstufe sind für diese Übungen, um wieder beweglich und schmerzfrei zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heisst, schmerzfrei ohne operieren. Bis zum nächsten Mal.